Dies ist der Teaser zum Sportman-Treating Podcast mit Leonie Schwertmann. Welches Geräusch oder welche Melodie repräsentiert dein Leben? Von Ludovico Einaudi Nouveaule Bianche. Ich stehe auf klassische Musik und die bringt mich einfach immer runter, vorm Spiel und nach dem Spiel eben auch. Es sind immer Höhen und Tiefen und das liebe ich an dieser Pianomelodie und insgesamt entsteht dann einfach eine richtig schöne Melodie und dieses Lied löst einfach immer gute Gefühle mir aus. Vielen lieben Dank!